Ich würde sagen, dass da eher weiter in den Wald rein können. Ja, ne, das sind mehr so diese Bodensecker quasi. Weißt ja, wie Aluera aussieht, ne? Und wenn stößt drüber. Die waren schon von Weitem, die sehen so ein bisschen aus wie so Kaktusflätter. Wo ist die Kaktusflätter? Ja, wo ist die Fussi? Komm her! Oh, keine Ausnahme. Ja, wo ist sie denn? Ok, Hilfe gleich. Ach, da stehst du. Komm her! Das ist doch mein Haus, denn wo? Komm her, du. Mal leider, wo ist sie denn hier? Denk gerade, wo? Wo ist denn die Viecher, ey? Gut, wer findet die Hirnermannsperr jetzt? Hm, man kann sie schütteln? Fische? Oh, man kann mittlerweile ertrinken. Hier nix, verschwommen. Ja, in den Sosa haben wir doch schon. Ja, ich wollte doch mal ein paar Fische bringen, weil da kannst du die, mit dem Speer kannst du die raushängen. Hey, was für ein Muskelpaket hier, du. Einfach zwei Baumstämme auf die Schulter, plus schwimmen gehen. Gehtest du jetzt von dir selber? Klar. Oh, klar. Hehehehe. Ich darf Brina nicht verlieren, wo bist du? Hier? Bitte. Sooo. Hier gibt's ganz viel Fahnen. Wir gehen spazieren. Die Bären darf man nicht essen. Da ist ein Reh angezuckelt. Da unten. Oh, hat ja alles schön bewachsen, ne? Kein Augeher, wir brauchen definitiv nicht. Oh, das ist schon Schrei. Weiß ich nicht. Oh, hier kann man ja trinken. Daniel? Ja? Habt ihr das gehört, den Schrei? Ja. Ja, das ist mal der Vogel eventuell. Schon mal gefunden? Rina? Nee, hier ist ein großes Loch. Oh, lol, da ist ein Eingang in die Höhle. Wo bist du? Wie finde ich denn diese Shader-Semi? Musst du gucken, wo mein Name steht? Was, 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 was? Die Shader für die, die man mit den Eingeboden und das Ding da machen kann. Das sind Effigies, glaube ich, die letzte Seite. Okay. Ach, da bist du. Ach, das Loch meinst du? Hier sind wir, dann sind wir eigentlich nicht so weit weg. So, heute sind fertig. Wir haben was für die To-Do-Liste, ne? Also zumindest hat er bei mir was draufgeschrieben. Hm. Find a way into the... ...Thinkhole. Also dieses Loch. Find, ich springe. Helikorps! Einmal gesehen. Helikorps! Erleuchtet, die Liste ist einfach da! Wir brauchen die Haut, du Nase! Ja! Fertig stehen! Dafür hab ich jetzt nen Speer. Da wär's gut. Hier ist noch einer. Ich hab einen. Du kannst doch einen tragen. Wir haben die leichten Teile noch genauer. Hier ist ein Wasserfall. Lass mal hier weiterlaufen. Ich weiß, wo wir sind. Hier ist auch irgendwo ein Höhleneingang. Ich weiß noch nicht, ob ich hier noch Dinge gefunden hatte. Aloe Vera. So. Oh, die sieht auch hübsch aus hier. Ach ja, da kommen wir ja auf die Insel da drüben. Boah, ne, aber... Wo war denn Aloe Vera? Der war hier irgendwo. Da bin ich mir sehr sicher. Da gab's eine Stelle, wo ganz viel Aloe Vera war. Irgendwo am Hang. Der Zuhauen für ein bisschen Harz ist eigentlich auch nicht schlecht. Ab und zu. Außer. Der Kugel, der Kugel. Das ist ein bisschen kleiner. Das ist gar nicht so stark. Da ist erstmal drüben. Da ist es. Da ist es hier genauer. Aber das ist auch gar nicht so ein bisschen nie. Aber das ist das Gefühl. Oah, hier war hier irgendwo ein Feld. Das ist echt schwer, ne? Wann das kommt so lange her? Ähm. Wie nah? ja da ist das cockpit von dem flugzeug ja nicht mal hin ich schwimme ich schwimme gibt es da okay will ich eine leiche diese zeit für die bomben die bräuchten wir auch also wir zwei haben jetzt eine gut dann können wir alle abschließen als sie nicht genervt wurde auch eine habe ich denn jetzt auch gucken würde ich in antrag und nein ich sehe das ist in wie ich verstehe aber echt nicht warum ich mit der spiele als monitoraufnahme spielen muss warum das immer so leckt nachvollziehen ich glaube ich muss meine settings noch mal überarbeiten hast ein fischi die sind so weit drin da kannst du nicht zuschlagen die fische sind cool die mama die kriegt die noch nicht wenn du da im weg sitzt wird zeit dass wir ein aquarium kriegen die lieb fische ab 1 noch ein okay ich hab drei stück die reichen erst mal das ist immer so witzig die katze diese zeit echt zentimeter wenn es hochkommt vom monitor entfernt ich weiß nicht was die da sind das ist ich weiß nicht die 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 Dankeschön! Wo ist denn das Cockpit? Weil wir sind eigentlich hier bei euch jetzt so. Oh, ich hab nen Vogel auf der Hand. Guck mal, weg ist er. Ach, rechts oder links? Ach, da! Okay, es ist da. Das Haus ist fertig, ne? Das Haus ist fertig, ja. Ja, sieht man, weil man jetzt von Weitem sieht, wo unser Haus ist. Das ist ein Haus, auf der Map. Ja, ja. Da sollte dann am besten jeder mal pennen. Oh, hier unten? Wer denn, wo bist du? Oh, 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 oh. Wo bist du? Komm, da, nicht so weit weg von mir. Warte mal, das ist, ne, das ist, wo bist du? Da. Komm mal. Ah, da. Oh, so einer. Ja, komm, lass uns ihn noch ummachen. Ihr habt doch die Flare Gun, die hat ja keine Migration. Oh, das sind zwei. Ja, warte, warte, oh, scheiße, meine Ausdauer. Hast du Lars? Was geht denn da bei euch wieder? Nein! Hast du's Lars? Komm, wir gehen den zweimal her mit der Flare Gun. Nein. Flare Gun. Ja, wir müssen unser, wir müssen unser Zeug wieder aufziehen. Ja, wir brauchen Hilfe vielleicht. Wartet, 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 bleibt fliegen. Ich bin schon ein Ding. Ich bin schon gespawnt. Deine. Leiche, wo bist du? Leiche? Wo ist meine Leiche? Wo ist meine Leiche? Ich seh die nicht. Wo ist da hinten? Dort. 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 Wo seid die denn? Deine Leiche liegt im Keller. Wir suchen Abi, Vera. Ja, komm her zu uns. Ich hab den mit dem Speer richtig gut gehittet, der hat richtig kassiert, aber... War doch wieder zu schnell. Oh, da ist er. Oh Gott. Komm, pushen. Ah! Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Lauf schon wieder hin zu meiner Leiche. Boah, ich bin tot. Oh oh, ich hab da schon wieder ein Vieh. Oh oh, ich hab da schon wieder ein Vieh. Aber zwei hab ich getötet. Killer! Oh nein, 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 da ist schon wieder ein Vieh hinter mir. Ähm, Brina, benutzt die Flaregun, wenn die einmal brennen, dann brennen die zu Tode. Du hast unendlich Munition mit dir. Echt? Nein, eigentlich nicht. Doch, ich hab die ganze Zeit jetzt geschossen. Ich hab ein Vieh hinter mir, ich hab Angst. Da, da, da. Oh ne, ich hab keine Munition mehr, schade. Ja toll, er hat halt... Alles verballert. Warte los. Warte, warte, warte. Warte los, komm her. Komm, mein Zeug holen, komm, mein Zeug holen. Weih noch lang, weih noch lang. Weih noch lang, hast du gehört? Okay. Okay, wir gehen über kurz. Wieso kann ich denn den Lohr hier nicht töten? Weil du zu blöd bist? Weil du selber ein Lohr sprillst. Bitte euch nicht gegenseitig, ich hänge. Hier ist auch ein Dorf. Ich hänge an der Wand. Ah ja, ich bin quasi in dem Dorf jetzt. Wo ist meine Leiche? Da hinten. Da. Ach da dann, der guckt auch noch streamen. Auch noch. Ich hab hier irgendwie Marigold Pflanze, was ist das? Diese Orangene ne? Ja. Ja. Ja, die braucht man. Und dann braucht man dazu noch Aloe Vera und dann kannst du da Medizin raus machen. Ich sammle schon mal hier die, auf jeden Fall. Schon mal schön, dass man seine Klamotten wenigstens wiederkriegt. Das ist nice, ey. Das ging ja die ganze Zeit nicht. Oh, Bären. Ist gut. Eingeborene. Ernsthaft? Ich hab kaum Leben, Leute, ey. Ein Hit und ich bin tot. Ich auch. So, spüren wir auf dem Dach, ne? Klappt ja nicht so gut, ne? Genau. Da ist n Lusch. Nämlich hinter dir ist n Lusch. Waa? Ja, und das war's jetzt. Oh nein. Oh Scheiße. Oh. Keiner weh. Nein! Mach den oben, ich hab den dreimal mit dem Sperr gehütet. Oh. Ja. Dankeschön. Ich muss wieder für meine Leiche laufen. Dann soll ich leider nicht aufheben, das liegt hier irgendwo, ne? Hm. Geht ja nicht. Man kann's dir ja nicht wiedergeben, ist das Problem. Ja. Hier noch Koffer? Wir brauchen Koffer, ich brauch Medizin. Dringend. Also bei mir waren die Koffer jetzt wieder voll hier. Wo waren die? Am Flugzeug. Die. Also die waren bei mir eben. Auf jeden Fall wieder voll. Wo, 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 wo? Also hier in der Hand. Was? Hol das Bädchen. Ah, hier. Hier rechts. Die liegt leider nur bei dir, bei mir nicht. Weiße. Da brauch ich ja eigentlich auch nur... Kloppen, kloppen, kloppen. Da brauch ich ja eigentlich auch nur Aloe Vera, dann könnte ich mit Max Medizin machen. Da kann ich's endlich wiederfinden, höre Mann. Woah. Ich hab wieder einen Topf gefunden. Hm. Da kann man so ne Dings an so ne Stelle machen. Oh nein. Hier hängt ein Mensch an dem... Ja. Yep. Ja. Ja.